Ortszeit 7 Uhr am Morgen hier in Kirchberg in Tirol. Sonnenaufgangsfahrt mit 30 Ballonteams im Zuge des Libro Balloncups. Kurz vor der Fahrt, wunderbares Wetter. Der Ballon ist startbereit. Für mich ist es meine erste Fahrt. Ich freue mich ganz gewaltig. Bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt eine Höhe von ca. 1764 Meter. Wir fahren einen Kurs nach 295 Grad und das ist Richtung Salf. Da verschiedene Windrichtungen in verschiedenen Höhen sind, ist das dann die Kunst, dass man da hinkommt, wo man hin will. Und das ist die einzige Steuerungsmöglichkeit, die der Ballon hat. Er kann nur die Höhe bestimmen, sonst eigentlich nichts. Und wir fahren dahin, wo der Wind hingeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017